moin moin meine lieben abenteurer und herzlich willkommen schön dass ihr wieder da seid hier zu einem neuen let's play ich bin's andré und wir spielen heute wieder eine runde in die world ich hoffe ihr seid alle gesund und munter habt lust zum gucken dann lasst uns ein bisschen die world spielen so wir hatten in der letzten folge ja den kult hier unterbrochen in der höhle und wir machen uns jetzt auf dem weg in die stadt und ja überbringen die schlechten nachrichten hier herrschen am strand was hier los sollst die ganze wahrheit erfahren ja wir haben dadurch jemanden ein bisschen sauer gemacht dass wir da den kult unterbrochen haben mal gucken immer richtig einen auf den sack also es wird es wird schon spannend den kollegen hier hatte ich ja schon mal er hatte ja irgendwie seine die wildschweine die haben überfallen du meinen wagen gesehen die welt ist von aeternum war nie sicher aber die straßen so etwas habe ich noch nie zuvor gesehen wildschweine sind aufgetaucht und haben meine trüffel gefressen deshalb sollten sie das tun woher soll ich das wissen sehe ich aus wie ein wildschwein gedanken leser wenn ich nicht ich verkaufe doch nur pinze und kräuter aber eines sagt die biester haben mich für diese sie sind ruiniert kann ich irgendwie helfen du meinst du hilfst dem alten hau da schau an du bist ein engel die meine sich sammle ein paar trüffel und bringen sie zur siedlung sammle ruhig auch kräuter und bären für dich die bringen die am handelsposten ein paar goldstücke allein alles klar mache ich so ist das auf der karte markiert oder einfach nur auf gut eins ist jetzt wieder hier unten also letztes mal musste ich noch in die siedlung jetzt muss ich nicht mehr in die siedlung also die macht mich total verrückt aber ich würde jetzt mal kurz ein paar hinger hier töten zu gucken ob das auch wirklich für mich glaube nicht ach so naja ich hab nicht gelesen soll die sichte ja weil ich immer die lese das ist mein problem so das haben was jetzt ist auch die karte aktualisiert da siehst du jedoch andere mensch muss das erst immer so schwierig sein ich weiß wir männer sind halt so wir fangen immer gleich an zu machen und immer zu lesen der braucht schon betriebsanleitung so einen noch optional sammelt noch kräuter und oh das war jemand sauer ich werde ich noch mal gleich zum mittagessen nehmen super okay so dann würde ich sagen holen wir dich mal hier ich glaube das sind noch ein paar kräuter die ich gebrochen kann was hat mich so angestellt und frisch geliefert von bio bauernhof dachte ich mir hey da muss ein paar ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Die Insel hielt seit jeher das Versprechen des Paradieses. Fernab aller Menschen, die als unwürdig für diesen Segen betrachtet wurden. Doch ich suchte nicht nach dem Paradies. Ich suchte nach Antworten, nach Erlösung von einem Leben voller Leiden. Und ich fand eine Wahrheit, die alles auf den Kopf stellte. Ich erhielt eine Kostprobe der verbotenen Frucht. Ich sah die Vision des wahren Potenzials der Menschheit. Ich musste diese uralte Ungerechtigkeit korrigieren. Und die Macht wiedererlang, die uns gehörte. Dieses Ansinnen lässt das Herz der Berge unnachgiebig schlagen. Nach einem Jahrhundert der Vorbereitung beginnt endlich unsere Kampagne. Die Insel ist der Macht unserer Armeen bereits zum Opfer gefallen. Das Einzige, was ich nicht vorhersah, bist du. Du hast es gewagt, mein Geschenk zu stehlen. Dafür wird deine Seele den Preis bezahlen. Ich werde nicht ruhen, bis ich unser Schicksal zurückerlangt habe. Und bis ich der alten und neuen Welt wahre Freiheit bringe. Also auf jeden Fall scheint das alles neu zu sein. Letztes Jahr, als ich das Spiel mir gekauft habe zum Release, gab es das alles noch gar nicht. Also es ist ja schon mal echt cool, dass sie hier eine fette Kampagne mit eingebaut haben. Das finde ich ja richtig klasse. So, wo muss ich jetzt hin? Reise nach Khoris und überbringe dem Bericht des Wächters. Ist es das? Muss ich jetzt da auch wirklich hin? Dass ich jetzt da wieder hinlaufe zum dritten Mal und dann gehe ich auf Kampagne wieder am Strand. Super langsam hier mittelschweren Anfall, kann ich sagen. Auf jeden Fall hat sich einiges getan in dem Spiel, was ich richtig toll finde. Was ich aber trotzdem noch sagen muss. Ist das komischerweise die Optik von dem Spiel, dass sie echt schlecht ist. Ja, also ich weiß nicht, ob es so ist oder ob mein PC einfach nur rumspackt, obwohl ich eigentlich eine 40er Grafikkarte habe. Ähm, aber die Texturen sind obermatschig, das finde ich richtig krass, ja. Obwohl es eigentlich, äh, hier Gegend so toll aussieht. Es könnte so super extrem episch aussehen. Aber ich habe auch schon in den Einstellungen geguckt, da war auch nichts dabei, wo ich sagen konnte, ich habe hier irgendwas falsch eingestellt. I don't know. So, sowas ist natürlich richtig scheiße. Was ist das hier? Aber das kann vielleicht auch daran liegen, äh, dass ich Dödel die, äh, das Spiel auf einer HDD installiert habe. Ähm, ja, weil ich mir noch eine, ich brauche noch unbedingt eine SSD-Festplatte, die muss ich mir unbedingt gönnen, aber, naja. Ihr kennt ja die Preise, ähm, da muss man erstmal eine Weile für sparen. Vollsgar. Naja. Moment mal, was hast du in Korinth zu suchen? Ein Bericht vom Wächter, was? Gut, ich kümmere mich darum. Die Verderbnis hat also diesen Hallensturm verursacht. Merde. Haben wir nicht schon genug Probleme? Laut Reese's Bericht bist du richtig heldenhaft. Schön für dich. Nun, heldenhaft oder nicht, wir können nicht noch jemanden füttern. Korinth hat mit einer Hungersnot zu kämpfen. Was ist passiert? Frag fünf Leute und du bekommst fünf Theorien. Manche sagen, es sei ein Fluch, andere beschuldigen die Druiden. Einige fordern sogar den Rücktritt des Staatsoberhaupts, des Sprechers der Winde. Aber er tut, was er kann. Kann ich irgendwie helfen? Ach, die Legende höchstpersönlich. Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber ewiges Leben auf Aeternum bedeutet ewigen Ärger. Aber wenn du helfen willst, sprich mit Quartiermeister Agrawal. Wer weiß, vielleicht bringt dir beide alles in Ordnung. Okay, mach ich. Also auch die Vertonung ist klasse. Ich glaube, die war am Anfang auch noch nicht gewesen. Außer seine Gestik, wenn ihr das gerade gesehen habt, es war sehr übertrieben. Er hat so entspannt gerade mit mir gesprochen. Aber er hat so krass mit seinen Händen rumgefuchtelt, dass ich dachte, er kriegt jetzt jeden Moment einen Anfall. Auf jeden Fall, was ich sehr gut an dem Spiel finde, das ist auf jeden Fall die Motivation zum Grind. Das fand ich schon am Anfang damals cool gemacht. Weil so viele Sachen sind, du kannst ja hier... Du bist ja... Also es gibt ja hier kein... Es spielt nur Solo. Es gibt ja hier keine Rassen und Klassen. Kann man ja sagen, du kannst ja eigentlich alles lernen, was du willst. Alles führen, was du gerne möchtest. Und kannst ja alles gehen, was du willst. Es gibt auch so viele Erfolge hier in dem Spiel, die du machen kannst. Und der Beruf ist auch so extrem ausgedehnt. Weil ich halt so richtig cool finde. Auf jeden Fall muss ich trotzdem sagen, dass ich die Optik auch von den Städten hier einfach nur genial finde. Es sieht einfach nur wie ein Planer aus. Also genau so auf sowas stehe ich ja absolut. Für mich richtig geiles Fantasy-Setting. Also was auch so ein bisschen mit Piraterie zu tun hat, kommt der ganzen Sache schon näher. Ja, das finde ich richtig nett. Ach, da kommt ja meine Rettung in der Not. Oh, das sind ja mehr Trüffel, als ich verloren habe. Ich hoffe, es war nicht allzu schwer. Behalte die sich für die Umstände. Und falls du jetzt öfter Kräuter sammeln gehst, werden wir uns zweifellos wiedersehen. Okay. Gerne gemacht, mein Lieber. Gerne gemacht. Oh, ein Gemüsekorb kriege ich als Belohnung? Aha, cool. Kann ich jetzt ab sofort auf mein Gemüse irgendwo rein tun. So, und dann kommen wir auch schon wieder zum Ende des Let's Plays. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Und ich freue mich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund, meine Lieben. Macht's gut. Euer André. Und tschüssi. teuer mit. Tschüssi. Und ja.